Hallo, jetzt bin ich es nochmal. Ich mache jetzt hier noch ein extra Video zu einem anderen Thema, weil ich nicht weiß, inwieweit das die Damen interessiert, die eigentlich wegen der Hysterektomie bei mir sind. Ich hatte, bevor ich dann meinen jetzigen Gynäkologen endlich gefunden hatte, schon eine ganze Zeit davor das Gefühl, dass bei mir was nicht stimmt. Ich hatte immer mehr weiße Hautstellen unten im Intimbereich. Es hat unheimlich gejuckt und als ich meinen Gynäkologen gebeten habe, sich das nochmal anzugucken, hat er sofort gewusst, was es ist. Es handelt sich dabei um eine Autoimmunkrankheit, Lichensklerosis. Ja, damit kämpfe ich seit, also ich habe es irgendwann im Ende 2021 wohl bekommen. 2022, seitdem habe ich die Diagnose und seitdem kämpfe ich damit. Das ist echt teilweise sehr, 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 sehr unangenehm. Und ich habe dann mich eigentlich darauf verlassen, dass er weiß, wovon er redet. Er hat mir eine Creme verschrieben, eine mit Cortison und dann halt normales Östrogen, eine Östrogencreme und hat gemeint, ich soll das im Wechsel machen. Aber das mit dem Cortison, das hat mir nicht wirklich gut getan. Ich schmiere jetzt nach wie vor die Östrogencreme, so nach, ja keine Ahnung, so alle drei, vier Tage, bevor ich ins Bett gehe. Und den Rest überbrücke ich oder ich schmiere eigentlich die ganze Zeit Zinksalbe drauf, weil nichts anderes wirklich hilft. Und dieses Zink, das fühlt sich gut an, dann geht es mir besser. Und ich habe irgendwann dieses Jahr dann mich endlich dazu durchgerungen, dass ich jetzt wirklich, wirklich mal zu einem Spezialisten gehen muss. Und habe im April angerufen bei diesem Arzt im Krankenhaus und habe schon im Oktober einen Termin bekommen. Wow, das geht ja richtig schnell. Anscheinend ist das normal. Ja, bei mir verändert sich da unten gerade so viel und es tut auch oft weh. Es reißt oft ein, es ist super unangenehm und ich brauche jetzt wirklich jemanden, der sich richtig damit auskennt. Und wollte das an dieser Stelle auch einfach mal erzählen. Vielleicht gibt es ja auch Interesse dafür. Im Oktober kann ich dann mehr dazu sagen. Ja, keine schöne Sache. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ganz liebe Grüße.